Bitte Mods, Bunsi, Bunsi Einen Flauschen und Tag wünsche euch und herzlich willkommen zu einem weiteren Video hier auf meinem Kanal In dem heutigen Video spielen wir den neuen Modus oder ich glaube es gibt sogar mehrere Modi Injumpleach auf dem Mindsucht.net-Server ich habe hier genau schon Videos über diesen Modi gemacht Ja, Kurs geht auf jeden Fall raus ans Internet ich habe hier das Beste Ey, das, du äh, also, 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 das kann mir doch niemand erzählen, das Aber immer an der Stelle, was ist denn das für eine Verarsche Ich raste hier aus Also Intel Bestes Anti-Cheat-System EU-West Also, abgegrieft, Flo Ihr habt da das Beste und vom Feinsten rausgesucht, muss man echt mal sagen Bernd Kind ist offline gegangen Ich denke mal, er hat verloren Also, ich raste hier gleich aus Ohne Witz, ich dachte, ich habe jetzt Fortnite aufgehört, habe Minecraft gestartet In der Hoffnung, dass es ein bisschen besser wird, aber Am wichtigsten ist, ruhig zu bleiben Ja, okay, die Dabolen ist gut Eigentlich wollte ich jetzt entspannt die neuen Modi testen oder die neuen Module Ich finde Ganz gelassen wie ein LKW-Fahrer Also, wenn Tetris Spielgeist die Module sind, dann würde ich das überhaupt nicht spielen Aber hey, ich habe einen Punkt Ein LKW-Fahrer, äh, den die Polizei verfolgt Aber ich, aber Nun ja, doppelt hält besser, sage ich mal Ne, ich mache mir jetzt eine Milch So, dann kommen wir mal vom LKW-Fahrer wieder runter Und dann geht es auch wieder los Jetzt schaffe ich den Sprung nicht mal mehr Erst nehme ich Ne, die bringe ich ja zurück Also mal im Ernst Wer hat denn diese Sprünge hier getestet So, dann gucken wir mal, was einem Süßigkeitenhandel denn so schönes bekommen Ich bin Bin ich einer, der die meisten Coins hat? Also jetzt schon, ne? So, Leute, ich habe gehört, wir müssen uns auch was zum Armbrot jagen Mit der Melone Ey, das ist meine Melone, du Frechdachs Ey, ihr könnt nicht beide auf mich gehen Meine Melone Ey, ihr wisst aber schon, dass Teams verboten ist, ne? So, dann spielen wir im Verstecken So nicht, mein Junge Wir bräuchten in Minecraft auch mal so eine automatische Renten-Taste Oh, haben wir da etwa ein Team? Na, das geht auch nicht Ey, die Team ja echt? Also, mein Sucht Äh, ja, hier, Report-Video, ne? Was denn das? Ja, und jetzt tun sie so, als ob sie sich angreifen würden Also verarschen kann ich mich selber Ah, ne, der boostet den nach vorne, du kleiner Schlingel Und das sind die letzten beiden So spielt man den Modus aber nicht Da ist Teams verboten, ne? Ha, ich habe euch reported Oh, ja Ein Mod Ja, ein Mod ist da, ein Mod ist da Ehre Ehre So, guck Guck, die greift sich dich an Jetzt, Bann Bitte, Mod Bann sie Bann sie weg Alter, ist doch skandalös Wird denn der nicht gebannt? Die Team noch eindeutig Oh, ja, schön Der erste ist raus Und ich habe gewonnen Na, Trox Grüße gehen an dich raus Falls du das hier siehst Weiß ich nicht Aber, auf jeden Fall Vielen, vielen Dank Die kleinen Schlawiner Werden jetzt erst mal Ihre Hausaufgaben machen Anstatt hier rumzuteben Ich hoffe, das Video hat euch trotzdem gefallen Wenn ja, lasst eine positive Bewertung Da wir sehen uns übermorgen um 15 Uhr Bei einem neuen Video Haut rein Und ciao Leute Aber die Milch hat mich vergiftet Weil es Gift ist